ARD Text im Auftrag von Funk Willkommen im Wedding, Habibi Woher kommst du? Es ist Götting hergezogen Ich bin Kingstar Kingstar Der ist gar nicht mein Typ Kingstar Stimmt, ist das dein Juwelier überfallen wollt? Der Jude lief Ihr wisst doch ganz genau, dass die Juden das meiste Geld auf der Welt haben Warum glaubst du nicht an Gott? Was bringt das denn, wenn wir in die Moschee gehen und zu Gott beten und am nächsten Mal verprügeln wieder irgendwelche Leute? Irgendwas stimmt doch nicht mit dir, Dicker Was hast du für ein Geines? Ursache, du bist kein dreckiger Jude Hab ich Schlocken oder was, Mann? Wieso werden Juden gehasst? Und wieso habt ihr mich nicht vorgeworfen? Es ist egal, wo du auf dieser Welt bist Wenn man sagt, dass man Jude ist, wird man immer anders angesehen Er ist ein Lügner Willst du einen Juden in der Familie haben? Die verlieren uns ein Gesicht Religion, bleibt Religion Mein Liebes Religion, scheißegal Es gibt einen Grund, warum meine Eltern aus dem Iran geflüchtet sind Es gibt doch das Sprichwort einer zu hören Es ist besser als ein trockener Jude Es gibt doch noch einmal die T stickers Wir sind gewöhnlich Alles, was weiß ich nicht Es gibt doch einmal vier Die Trenze Ich bin nämlich Wir wollen Wir wollen Wir wollen Untertitelung des ZDF, 2020